Hallo Leute, willkommen zum 14 Maniacs Podcast. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu reden. Heute gibt es wieder ein Q&A über das Thema Studium. Ich rede über Allgemeinstudium, über mein Studium, Lernstrategien, Organisation und auch über Stress. Ich studiere Multimedia Marketing an der Fachhochschule Schmarkeiden in Thüringen und ich habe tatsächlich auch mehrere Semester auch in Thüringen gelebt, bin dann aber auch durch Corona nach Schleswig-Holstein gezogen, weil meine Schwester auch ein Zimmer frei wurde in ihrer WG und ich auch ein Zimmer gesucht habe. Ich habe damals in einer Zweier-WG gewohnt und ich musste dann halt ausziehen, weil meine Mitbewohnerin dann mit ihrem Freund zusammenziehen wollte, sprich, dass er halt einzieht, verständlicherweise und genau deswegen hat das alles ziemlich gut geklappt. Und warum ich dann halt auch nach Schleswig-Holstein gezogen bin, ist, durch Corona wurde ja alles online und ich musste halt nicht mehr in Schmerkeiden sein und meine beste Freundin in diesem Ort ist dann halt auch umgezogen und ich hatte dann auch einfach keinen Grund mehr, weil der Ort an sich, da ist nicht so viel los. Genau deswegen hat das eigentlich sehr, sehr gut gepasst für mich. Und ich komme jetzt auch ins achte Semester. Eigentlich geht das Studium nur sechs Semester, aber ich studiere jetzt länger, weil ich ein paar Probleme hatte wegen Corona. Ein paar Prüfungen von mir wurden verschoben, eine Prüfung wurde auch zweimal verschoben und dadurch hat sich natürlich es etwas verzögert alles. Bei uns ist es halt so, dass wenn ein Fach nicht stattfindet oder ich einfach was nachschreiben muss, dann muss ich ein komplettes Semester warten. Also unser zweiter Prüfungszeitraum ist dann erst die Prüfungsphase im nächsten Semester. Bei manchen ist es so geregelt, dass die zweite Prüfungsphase deutlich früher ist. Und dann hatte ich auch noch das Problem im letzten Semester, dass meine Züge nicht fuhren. Das heißt, ich konnte nicht nach Schmerkalden fahren und demnach konnte ich meine Prüfung nicht antreten. Das war ein bisschen blöd, aber es ist okay. Es läuft trotzdem alles ganz gut. Und dann kommen wir schon zu der ersten Frage von der lieben Anna. Was sind die Inhalte deines Studiums und was findest du davon besonders gut schlecht? Also am Anfang hat man natürlich das Grundstudium. Da sind auch Fächer dabei, die nicht ganz so zum Thema vielleicht dazugehören. Oder man denkt sich so, oh, wieso muss ich das jetzt haben? Aber das ist oftmals so. Zum Beispiel hatten wir auch Mathe. Das war auch immer so ein Fach, wo man sich so ein bisschen durchquälen musste. Aber wir hatten auch Wirtschaftsrecht, Programmierung, BWL und Rechnungswesen. Wir hatten dann auch Marketing. Und je höher man dann ins Semester kam, umso spezialisierter wurde es dann auch. Also sprich, wir hatten dann später Usability. Da geht es um Nutzerfreundlichkeit, Anwendungssysteme, IT-Sicherheit und Datenschutz, Kommunikationsdesign, multimediale Kommunikationssysteme, wo wir zum Beispiel auch einen Werbespot erstellt haben. Dann kam später auch ein Marketing-Planspiel dazu. Das war tatsächlich in meinen Augen das Coolste, weil wir da so ein... Wir haben so fiktiv ein Unternehmen geführt. Wir haben uns dann in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt. Und ich war dann, ich glaube, Unternehmen vier oder so. Und es war ziemlich cool, weil wir mussten dann halt so bestimmte Entscheidungen treffen für unser Unternehmen. Und diese Entscheidungen haben wir dann unserem Professor gegeben. Und dann hat er das sozusagen ausgewertet. Ich weiß nicht, wie er das jetzt so genau gemacht hat, aber wir haben dann bestimmte Daten zurückbekommen, wie sich das alles so entwickelt hat, unser Umfeld. Sprich, wie kam unser Produkt an? Wie waren die anderen Unternehmen? Wie müssen wir jetzt alles anpassen, damit wir besser steigen? Besser aufsteigen sozusagen. Wie gehen wir mit unserer Finanzierung um? Und das war echt cool gemacht. Und später kam dann auch noch ein Praktikum hinzu. Ich habe dann ein Praktikum bei der Unicorn Factory gemacht. Das war auch ein Online-Praktikum, was sehr cool war in meinen Augen. Da ging es sehr viel um Webseiten, Gestaltung, SEO, also Suchmaschinenoptimierung und Marktanalyse. Und fand ich persönlich auch sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Praktikum nicht für jeden was ist. Später konntest du dich auch ein bisschen spezialisieren. Also ich habe mich spezialiert in Unternehmensführung. Man konnte sich auch noch in Anwendungssystem spezialisieren. Dann in Kommunikationsdesign. Ich weiß gerade nicht, ob es noch was gab. Aber genau, die Themen gab es. Und ich habe Unternehmensführung genommen. Nochmal explizit, was ist gut und was ist schlecht. Also es ist ein bisschen Ansichtssache. In diesem Studiengang ist es halt so, dass du vieles lernst. Du hast sehr viele Themenbereiche. Zum Beispiel BWL, Rechnungswesen, dann Marketing, Programmierung, Usability. Also du lernst sehr breit gefächert. Aber man muss ja auch bedenken, dass du nicht wirklich intensiv und einfach reingehst. Das heißt, du weißt viel, kannst vieles verbinden. Aber du bist nicht 100% gut jetzt in manchen Bereichen. So und da muss man halt gucken, magst du das? Magst du dieses generelle, allumfassende Wissen so, also überall so ein bisschen was wissen und das zu verbinden? Oder möchtest du wirklich in ein Thema wirklich richtig gut werden? Und es kommt natürlich darauf an, welchem Unternehmen du arbeitest. Aber generell ist meine Aufgabe halt so ein bisschen der Kommunikator zu sein. Also ich plane, organisiere Marketingstrategien, Werbekampagnen. Genau, ich kommuniziere dann halt mit den verschiedenen Schnittstellen, sprich den Kommunikationsdesigner, den Programmierer. Ich kann mit denen reden, weil ich generell ja auch Wissen über Programmierung habe. Nicht perfekt, aber ich verstehe und kann mit ihnen kommunizieren und kann dann auch mit den Kommunikationsdesigner weiterarbeiten. Dann kann man hier auch nochmal sagen, ich habe halt an einer Fachhochschule studiert und wir waren nicht wirklich viele. Schmackheiten ist ein wirklich kleiner Ort, ist jetzt nicht so, you know, viel los dort. Und das Gute ist halt, dass du auch einen guten Bezug zu den Professoren hast. Also du kannst immer dort Fragen stellen. Du hast dann einen näheren Bezug, als wenn du an einer großen Uni studierst. Es fällt ein bisschen leichter, Freunde zu finden, würde ich sagen, weil du mit denen irgendwie mal redest so. Genau, also wenn man das mag, dann ist das natürlich auch sehr praktisch. Felix fragt, wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, ja, ich will jetzt dies und jenes studieren? Ehrlich gesagt habe ich lange überlegt, was ich machen möchte. Also nach der Schulzeit wusste ich es tatsächlich noch nicht. Erst als ich Work and Travel gemacht habe, da kam mir das tatsächlich erst nach und nach. Aber zuerst habe ich halt überlegt, okay, was interessiert mich? Was sind meine Stärken? Was kann ich gut oder woran möchte ich besser werden? Wie kann ich das verbinden? Und ich hatte dann verschiedene Studiengänge mir aufgeschrieben, wie Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Marketing, Kommunikationsdesign. Also in diesem Bereich war ich halt schon am überlegen. Aber Psychologie ging halt nicht, weil dann mein Notendurchschnitt nicht gut genug war. Und dann hatte ich auch noch Überlegungen, wie irgendwas noch im Bereich Design hier und da. Und das war dann, vieles, was ich machen wollte, auch in Privathochstulen. Das war dann halt auch ein bisschen teuer. Manche gingen dann halt nicht, musste ich dann wieder ausschließen. Dann habe ich auch schon angefangen, eine Mappe mir zu erstellen für Kommunikationsdesign. Aber ich war mir auch nicht sicher, will ich wirklich Kunst zu meinem Beruf machen? Also so zeichnen hier und da bringt mir zwar Spaß, aber will ich das als Beruf haben? Habe ich halt auch sehr lange überlegt und genau, dann habe ich halt absolviert, die Schule. Und dann ging es für mich ins Ausland. Und da habe ich mich auch sehr viel mit Social Media beschäftigt tatsächlich. Habe mich immer mehr da so ein bisschen reingefuchst. Und dann dachte ich mir so, okay, ich würde schon gerne was in diesem Bereich machen. Und als ich dann halt in Kanada war, habe ich immer mal wieder so auch nach Studiengängen gesucht. Und ich kann mich noch an den einen Tag erinnern, da saß ich so in meinem Bett. Und dann habe ich das von Schmalkalgen gesehen, Multimedia Marketing. Ich dachte mir so, hm, hört sich ganz gut an. Und dann habe ich mich auch tatsächlich direkt beworben, weil es auch NC-frei war. Und ich fand halt die Kombination zwischen Multimedia Marketing ganz gut, weil es halt ein bisschen Kunst hat. Aber auch halt so die Business-Seite mit einbezieht. Und das fand ich halt sehr spannend. Genau, habe mich dann dafür entschieden, mich da zu bewerben. Ja, und wurde dann auch angenommen. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, teste aus, überleg dir, was dir gefällt. Vielleicht gibt es da wirklich Möglichkeiten, dass du das zum Beruf machen kannst und viel austesten. Genau, informiere dich einfach über Themen, falls du es nicht direkt nach der Schule weißt. Vielleicht kannst du ja auch, wie ich, Ausland, ins Ausland gehen oder ein FSJ machen. Oder ja noch irgendwie was dazwischen schieben, wo du vielleicht auch etwas austesten kannst, um dann zu sehen, okay, möchte ich das studieren. Und außerdem sind das wundervolle Erfahrungen, muss man dazu sagen. Also dieses Auslandsjahr, also ich war eigentlich kein Jahr dort, ich war da nur sieben Monate. Also Auslandsaufenthalt ist hier die richtige Aussage. War unglaublich bereichernd. Ich habe so viel dazugelernt. Ich bin viel selbstständiger geworden. Ich kann mit Problemen deutlich besser umgehen. Ich kann mich noch an einer Situation erinnern, das habe ich auch in meinem anderen Podcast erwähnt. Da war ich, musste ich fast auf der Straße übernachten. Und ich hatte so Panik, weil ich das nicht wollte und musste eine Lösung finden hier und da. Und ich hoffe natürlich, dass euch sowas nicht passiert. Um Gottes Willen, das passiert wirklich nicht oft. Ich hatte nur einfach ein Problem. Und man löst das auch. Also ich habe alle meine Probleme gelöst bekommen. Ja, man lernt einfach so viel. Also ich kann das auch wirklich nur jedem ans Herzen legen. Es ist wirklich sehr, sehr bereichernd. Silvana fragt. Wunderschöne Name. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wenn tut mir das leid. Kanntest du schon jemanden, bevor du dein Studium gestartet hast? Und wie hast du die Leute kennengelernt? Tatsächlich kannte ich noch niemanden. Also ich habe dann halt zuerst meine Mitbewohnerin kennengelernt. Und dann war der erste Tag. Und ich war tatsächlich sehr motiviert. Ich kam ja so ein bisschen frisch aus Kanada. Und war es doch ein bisschen gewohnt, schon mit fremden Leuten zu reden. Weil man ja im Ausland dann doch alleine ist. Und man will ja nicht durchgehend alleine sein. Deswegen kommuniziert man halt. Und dann war ich so, okay. Ich werde mir jetzt so richtig Mühe geben. Und Freunde finden. Und kommunizieren. Let's go. Und dann war ich da und habe auch die ersten angesprochen. Und war so, hey. Und die haben mich so angeguckt. Und waren so, was will die jetzt von mir? Also da kam irgendwie gar nichts von denen. Und dann habe ich mich ganz, also war mir das schon ein bisschen peinlich. Und dann bin ich halt zur Seite gegangen. Hat mich irgendwo hingestellt alleine. Habe erst mal so halt geguckt. Mir das alles so angeguckt. Also ich habe dann nicht noch andere Leute angesprochen. Weil ich so ein bisschen dann eingeschüchtert war. Wenn man das so sagen will. Dann stand ich da. Und dann kam ein Mädchen zu mir mit noch einem anderen Mädchen. Sie hat dann zu mir Hallo gesagt. Und ich so Hallo. Stand da neben mir. Wir haben auch gar nicht so wirklich geredet. Und dann dorften wir rein in den Raum. Also wir dorften noch nicht direkt in den Saal. Wir mussten halt draußen warten. Dann gingen wir rein. Haben uns hingesetzt. Nebeneinander. Und seitdem saßen wir immer nebeneinander. Also es war ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Dann haben wir natürlich nach dem Unterricht auch geredet. Und haben gemerkt so, oh wir verstehen uns. Wir sind beide sehr ruhig. Und wir kommen damit sehr gut klar. Ja, das war sehr witzig. Und dann, genau, kamen noch mehr Leute dazu. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Anna fragt, was kannst du danach damit arbeiten? Also auf der Webseite steht folgendermaßen. Ich kann als Manager im digitalen Marketing, Online Marketing arbeiten. Manager im Social Media Bereich. Mitarbeiter im SEO, SEM, Performance Marketing. Customer Experience Manager. Und Manager im Content Creator, Content Marketing. Genau, das sind so die Bereiche, in die man arbeiten kann. Aber es gibt natürlich auch noch mehrere Bereiche. Also das sind so jetzt die Hauptbereiche. Merle fragt, arbeitest du mit iPad? Ja, tatsächlich schon. Also erst und zweite Semester habe ich tatsächlich ohne ein iPad gearbeitet. Also schriftlich. Aber ich muss zugeben, es war so eine gute Entscheidung, mir ein iPad anzulegen. Es hat so viel einfacher gemacht, weil ich dann, ich hatte meine Folien direkt parat. Und konnte neben, also direkt auf der Folie schon Notizen machen. Oder halt ein Blatt einfügen, das unter der Folie direkt das Blatt ist und ich Notizen habe. Es war alles super schön sortiert. Und ich persönlich fand es extrem angenehm. Du musst nicht auch so viele Zettel mitschleppen. Es ist alles organisiert. Und du hast auch jedes Fach immer dabei, was sehr, sehr praktisch ist. Also ich persönlich kann es sehr, sehr gut empfehlen. Und ich fand es auch deutlich angenehmer, als mit einem Laptop zu arbeiten. Also ich habe irgendwann auch mal versucht, mit einem Laptop da auf den Folien zu schreiben. Aber ich fand es persönlich nicht so angenehm. Deswegen kann ich auf jeden Fall ein iPad empfehlen oder generell ein Tablet. Jetzt werde ich einmal zwei Fragen verbinden und sie dann direkt zusammen beantworten. Elena fragt, wie lernst du am besten? Basti fragt, wie sieht deine Lernstrategie während dem Semester im Vergleich zur Prüfungsphase aus? Also während des Semesters ist es mein Ziel, sozusagen das Skript vollständig zu haben. Und so zu gestalten, dass alle Fragen sozusagen rein theoretisch beantwortet sind. Dass ich jetzt, wenn ich für meine Prüfung lerne, schon alles parat habe und ich extra noch Sachen herausfinden muss. Das heißt, während des Studiums achte ich darauf, dass meine Fragen geklärt werden, dass alles beisammen ist und dass ich auch auf dem aktuellen Stand bin und nicht im Hinterzug, im Verzug bin beim Lernen. Wenn es dann zur Prüfungsphase hingeht, ist es folgendermaßen, gehe ich folgendermaßen vor. Da separiere ich auch nochmal meinen Vorgang. Einmal gehe ich das Skript durch und bearbeite es so, dass es dann lernfähig ist, dass ich dann nur noch auswendig lernen muss. Das heißt, ich gehe das Skript durch und habe folgende Methoden, wie ich dann auswendig lernen kann. Also einmal lerne ich natürlich so, dass ich einfach nur stumpf auswendig lerne. Ich lese mir das durch und wiederhole es. Dann habe ich eine Lernmethode, eine auswendig Lernmethode. Das ist die Loki-Methode. Das ist auch meine absolut favorite Methode. Also ich benutze die immer, wenn ich auswendig lerne. Bei der Lernmethode geht es halt darum, dass du deinen Orientierungssinn verwendest, um zu lernen. Das heißt, ich erkläre euch das einmal im Groben. Ihr stellt euch eine Route vor und mit dieser Route lernt ihr dann. Ich erkläre euch das einmal kurz anhand meines Zimmers. Mein Zimmer ist so aufgebaut, dass ich hier einmal meine Tür habe, meine Kommode, mein Bett, Fenster, Tisch, Schrank, Keyboard. Das ist meine Route. Und dann fange ich an. Der erste Punkt meiner Route ist meine Tür. Und an meiner Tür hefte ich sozusagen gedanklich eine Information, die ich auswendig lernen möchte. Dann gehe ich weiter. Kommode. Nächsten Punkt, den ich auswendig lernen möchte. Hafte ich an meine Kommode. Und dann wiederhole ich das. Und so gehe ich das einmal, diese Route durch und griffe das an Wissen an. Hierbei muss man aber auch bedenken, dass diese Routenpunkte einen gewissen Abstand voneinander haben. Also die Elemente, wo du dir was merkst, die dürfen nicht zu nah aneinander sein, weil dann kommt man ein bisschen so durcheinander. Und es ist auch wichtig, dass die Route einfach für dich ist. Also dass du nicht über die Route nachdenken musst. Okay, wie ging die Route? Was kam danach? Das darf nicht der Fall sein. Sondern du willst ja das Wissen, was du erlernt hast, erarbeiten sozusagen. Genau, und das kannst du dir auch verschiedene Routen nehmen. Du kannst dein Zimmer nehmen. Du kannst dir auch eine Route zum Strand zum Beispiel überlegen. Du kannst dir auch einen fiktiven Ort ausdenken. Also es ist mit meine absolut Lieblingsmethode. Dann habe ich auch noch eine Methode, wo ich mir eine Geschichte zum Beispiel ausdenke und daran Wissen knüpfe. Denn wenn ich bestimmte Wörter auswendig lernen muss, dann mache ich das so, dass ich die Anfangsbuchstabe nehme und mir daraus ein Wort forme. Um das einfach einfacher zu lernen. Manchmal erstelle ich mir auch Lieder. Genau, also ich benutze da schon auf jeden Fall verschiedene Lernmethoden, einfach weil es mir Spaß bringt. Und manchmal muss man wirklich sehr viel auswendig lernen für ein Fach. Und dann kann ich persönlich nicht nur mit rein stumpfem Auswendiglernen mir das alles merken. Deswegen habe ich diese Methoden. Die funktionieren für mich. Vielleicht funktionieren die für dich auch. Aber vielleicht brauchst du auch andere Lernmethoden. Und genau, teste da einfach herum. Es gibt sehr viele schöne Lernmethoden. Und genau, vielleicht macht es auch für dich das Lernen ein bisschen angenehmer auch. Und bei mir ist es so, dass ich diese Methoden anwende für wirklich wichtige Sachen, dass ich die auch wirklich kann. Bei mir ist es so, wenn ich zu viele Eselsbrücken verwende, dann komme ich irgendwann damit durcheinander. Deswegen benutze ich dann auch manchmal auch Karteikarten hier und da. Einfach auswendig lernen. Aber da muss jeder selber für sich gucken, was für einen da am besten funktioniert. Genau, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, bin ich auch wirklich kurz vor der Klausur. Und dann lerne ich halt auch nur noch auswendig. Also dann möchte ich mich nur noch darauf konzentrieren, dass ich auswendig lerne, alles verstanden habe. Und dann kommt die Prüfung. Und dann muss man hier auch nochmal gucken. Das ist jetzt, also in meinem Studium ist es halt so, dass ich sehr viel auswendig lernen muss. Bei manchen muss man natürlich sehr viel anwenden. Dann gehe ich natürlich sehr, sehr viele Übungen durch. Ich erstelle mir eigene Übungen. Und versuche wirklich, das einfach anzuwenden und zu können. Was sie fragt, wie gehst du mit sehr viel Stress um? Also wenn alles auf einmal irgendwie zu viel wird? Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage. Und ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, weil in einem Punkt in meinem Studium war das so, dass ich extrem überfordert war. Dass ich irgendwann so gestresst war, dass ich einfach komplett nur noch unter Spannung stand. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe sehr viel Gewicht verloren. Ich habe meine Tage verloren. Und es war nicht so gut. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss einmal hier was ändern. Ich habe halt Vollzeit studiert. War auch fünfmal die Woche im Fitnessstudio. Habe Social Media gemacht. Hatte eine Fernbeziehung. Bin dadurch auch oft hin und her gereist. Und es war halt sehr viel. Dann Haushalt hier und da. Was halt auch alles so dazukommt. Wir kennen es alle. Genau. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss einmal irgendwas ändern. Mindset ändern. Und auch, wenn es wirklich zu viel ist, wenn man wirklich viel tut, muss man gucken, okay, wie kann ich das ändern, dass ich auch ein bisschen Zeit habe für mich. Zum Beispiel bei mir war das so Fitnessstudio. Vielleicht gehe ich auch einfach nur dreimal noch ins Fitnessstudio und mache dann halt ganz Körper, anstatt, dass ich das aufteile. Da muss jeder gucken, was kannst du bei dir vielleicht reduzieren. Was ist für dich am wichtigsten, dass du das priorizierst und bei dem anderen vielleicht ein bisschen weniger machst. Mindset war für mich ein sehr, sehr großer Punkt. Ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell stresst und mir auch sehr viel Stress aufbaut im Kopf. Das ist für mich der größte Punkt, woran ich arbeiten musste. Und ich habe mir dann halt genau erstmal überlegt, okay, wie kann ich mir den Stress nehmen? Ich habe sehr viel gejournalt. Immer wenn irgendwas ist oder ich merke, okay, mein Kopf ist gerade einfach too much for me, dann journal ich. Definitiv. Ich brauche das einfach. Habe mir auch Aktivitäten überlegt. Okay, was kann ich tun, um runterzukommen? Yoga hilft mir sehr viel. Auch in meiner Prüfungsphase mache ich sehr viel Yoga. Ich mache nicht durchgehend Yoga. Meistens immer dann, wenn ich es halt brauche. Bezüglich Mindset. Ich versuche mir eigentlich immer so in Gedanken zu rufen, so okay, dein Ziel ist es einfach, dein Bestes zu geben. Das ist auch das Wichtigste. Und Stress. Dir Stress zu machen ist komplett unsinnig. Du willst doch nicht dein Leben lang mit Stress leben. Also es ist ja irgendwie unschön. Und genau deswegen jedes Mal einfach, wenn du merkst, dass du an diesen Punkt kommst, dann stoppe wirklich mal und beschäftige dich mit deinen Gedanken. Ignorier das nicht. Es ist wichtig, dass es dir gut geht, weil erinnere dich daran, wenn du gesund bist und es dir gut geht, dann wirst du auch länger durchhalten. Du wirst deine Ziele erreichen und du kannst auch bessere Leistung geben. Das heißt, dir Zeit zu nehmen für dich selber ist wichtig, um im Gesamten gut zu sein. Gut vorankommst, gute Fortschritte zu machen und seh dich um dich selber zu kümmern, nicht als Zeitverschwendung an oder das passt gerade nicht oder hier und da. Wirklich, nimm dir Zeit für dich selber. Und Schlaf ist auch sehr wichtig. Schlaf sollte man nicht vergessen, definitiv nicht. Bei mir ist es auch so, dass ich einfach, ich bin einfach glücklicher, wenn ich genügend schlafe und ich kann auch einfach besser arbeiten, wenn ich schlafe. Relan fragt, meine größte Schwäche ist das Anfang. Wie startest? Motivierst du dich? Es gibt einmal die Methode, da kann man von 5 runterzählen, so 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Das hilft halt einfach so ein bisschen zu verhindern, dass du dir irgendwie Ausreden ausdenkst oder dass dein Gehirn loslegt, um zu sagen so, nee, deswegen machst du das nicht oder hier und da. Ich persönlich benutze die Methode nicht, ist aber sehr hilfreich und hilft auch vielen anderen Leuten. Ich benutze zum Beispiel auch oftmals die Pomodoro-Technik. Das heißt, du arbeitest für 25 Minuten, machst 5 Minuten Pausen und das machst du viermal und danach kannst du zum Beispiel 15 bis 30 Minuten Pause nehmen und kannst dich auch dir was gönnen zum Beispiel. Also, dass du sagst, okay, ich arbeite jetzt diese viermal durch und dann kannst du ein Anime gucken oder so, dass du so ein bisschen etwas hast, wohin du hinarbeitest. Und du kannst die Zeit natürlich auch anpassen. Das heißt, du musst nicht 25 Minuten arbeiten. Du kannst natürlich auch 30 oder eine Stunde, je nachdem, wie du dich fühlst. Manchmal ist es auch einfach angenehm, mit 25 anzufangen und dann die Zeit zu erhöhen. Und das hilft mir halt einfach, weil ich dann denke mir so, okay, ich schaffe es ja wohl, 25 Minuten zu arbeiten. Komm, das kriegst du hin, das sind nur 25 Minuten. Let's go. Und das motiviert mich dann anzufangen. Und meistens ist es dann einfach so viel einfacher, weiterzumachen und dann kommt man auch wirklich voran. Dann würde ich mir auch überlegen, wann lernst du am besten? Bei mir ist es so, dass ich einfach viel einfacher am besten lernen kann, wenn ich morgens lerne und die Überwindung, dann ist für mich auch einfach viel, viel einfacher, als wenn ich abends lerne. Abends lerne ich nicht gerne und es fällt mir extrem schwer, mich aufzuraffen und mein Gehirn ist auch irgendwie schon ein bisschen so ein bisschen matsch. Das heißt zum Beispiel habe ich dann vor der Uni halt auch angefangen zu lernen oder an anderen Sachen gearbeitet, wie Social Media oder so, um mir einfach diese Hürde etwas wegzunehmen, um das abends nicht alles machen zu müssen. Aber da würde ich wirklich gucken, wie ist das für dich? Was tut dir da am besten? Dann hilft mir es natürlich auch, so ein bisschen meine Ziele vor Augen zu haben. Was möchte ich halt erreichen in meinem Leben? Und das bringt mich halt voran. Manchmal muss man halt auch Dinge tun, die man vielleicht nicht ganz so gerne mag, aber um voranzukommen. Das motiviert. Man will ja seine Ziele erreichen und sein Bestes geben. Vera fragt, wie gehst du mit der Angst und Stress um, wenn du mit dem Stoff im Verzug bist? Also prinzipiell versuche ich, das so ein bisschen zu vermeiden, dass ich im Verzug komme. Ich frage dann halt direkt nach. Also ich habe das oftmals gemacht, dass ich nach dem Kurs oder am Ende den Kursen habe ich mich mit einer Freundin nochmal kurz zusammengesetzt und wir haben ein paar Sachen durchgesprochen. Wir haben uns meistens sehr gut ergänzt. Was ich nicht verstanden habe, hat meistens sie verstanden. Und was sie nicht verstanden habe, hat meistens ich verstanden. Also es hat sich, hat immer ganz gut geklappt. Dann habe ich auch immer geguckt, okay, an welchen Tagen kann ich das nacharbeiten? Wenn ich merke so, okay, ich bin da im Verzug, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit, kann ich irgendwie am Wochenende daran arbeiten, am Abend irgendwie vom gleichen Tag, dass du dir so ein bisschen überlegst, okay, wann kann ich daran arbeiten? Du kannst natürlich auch versuchen, wenn du merkst, okay, dieses Semester lief nicht so gut, nächstes Semester. Vielleicht schaffst du es da so ein bisschen vorzuarbeiten, dir einfach mal kurz die Sachen so durchzulesen, von dem, was halt dann ansteht, was belehrt wird dann an dem Tag, kann auch immer sehr gut helfen, um auch Fragen schon dann an dem Tag dann zu lösen, sprich mit deinen Kommilitoren. Aber generell, wie gehst du mit Angst und Stress um? Ich versuche halt, mir klarzumachen, dass ich gebe mein Bestes und mehr kann ich nicht tun. Und ich will auch nicht mit Stress leben. Und das Einzige, was ich halt tun kann, ist, mich zu übermühen, mir Zeit zu suchen, wann ich daran arbeiten kann und ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ich mache mir halt auch bewusst, dass ich das für mich mache. Ich möchte niemanden beeindrucken. Ich möchte das einfach für mich machen, weil mich das interessiert. Und deswegen muss ich mich nicht stressen lassen. Ich gebe mein Bestes und das ist, was zählt. Ich habe totale Prüfungsangst. Hast du irgendeinen Tipp für mich? Und ich kann das so gut nachvollziehen. Also erstes, zweites Semester war bei mir auch ganz schlimm tatsächlich. Und das hat man auch an meinen Noten gemerkt. Danach wurde es tatsächlich für mich deutlich besser, weil ich weniger Prüfungsangst hatte und meine Noten wurden auch besser. Generell kann man natürlich erst mal darauf achten, dass man versucht, die Themen, bei denen man eine Prüfung schreibt, gut zu können. Also, dass man eine gute Vorbereitung hat. Das nimmt natürlich dann auch schon Stress, wenn man weiß, was man kann. Und versuche dich auch daran zu ändern, so, okay, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mein Bestes gegeben und das ist alles, was ich tun konnte. Und jetzt stehe ich vor der Prüfung und ich kann die Situation, die jetzt ist, gar nicht mehr ändern. Ich nehme das, was kommt und das Wissen, was ich habe, werde ich anwenden. Das heißt, es lohnt sich auch nicht mehr zu stressen, weil ich es auch nicht mehr ändern kann. Dann rufe ich mir auch in Erinnerung, dass es ist so gesehen nur eine Prüfung. Also, ich versuche, die Wichtigkeit der Prüfung zu entnehmen, indem ich mir einfach denke, so, okay, es ist nur eine Prüfung. In Zukunft werde ich, ist die Prüfung total egal. Es ist eine Prüfung von vielen und, you know, ich gebe jetzt mein Bestes, aber letzten Endes in fünf Jahren werde ich nicht mal an diese Prüfung denken und es ist egal. Dann, was mir auch persönlich hilft, vor einer Prüfung gehe ich Leuten aus dem Weg, die über das Thema reden, weil mich das total unsicher macht und mein Wissen anzweifeln lässt. Wenn dir das hilft, kurz vor der Prüfung nochmal darüber zu reden, dann go for it, definitiv. Mich macht das einfach sehr unsicher. Dann kannst du natürlich aber auch darauf achten, dass du zum Beispiel Atemtechniken anwendest. Du kannst vorher nochmal journalen, falls dir das hilft. Überleg dir wirklich so, okay, was bereitet dir so viel Stress? Wovor hast du Angst? Und beschäftige dich damit und versuche dir wirklich mal rational zu überlegen, okay, ist es gerade sinnvoll, dass ich mir diesen Stress mache? Oder, wieso mache ich das? Ich hoffe, das konnte dir einigermaßen helfen. Skiya fragt, wie strukturierst du die Prüfungsphase? Also das ist letztendlich meine Methode. Generell, was ich hier alles so erzähle, das funktioniert für mich. Ich bin auch noch daran, mich weiterzuentwickeln, aber ich erzähle euch so meine Methoden und vielleicht können die euch helfen. Es muss nicht immer die Beste sein oder nicht die sein, die für dich vielleicht auch funktioniert. Wie ich meine Prüfungsphase strukturiere? Also generell mache ich mir erstmal in Übersicht, wann sind meine Prüfungen? Wie viele Tage habe ich zwischen meinen Prüfungen? Wie viele Tage, glaube, brauche ich für meine Prüfungen? Zum Beispiel in meiner letzten Prüfungsphase war das so, dass ich zwischen Marketing und UF, also Unternehmensführung, nur einen Tag dazwischen hatte. Und das ist nicht viel. Das heißt tatsächlich, die erste Prüfung, für die ich gelernt habe, war die letzte Prüfung in meiner Prüfungsphase. Prüfungsphase, weil ich wusste, okay, das wird zeitlich für mich einfach zu eng. Für die habe ich gelernt und dann habe ich mir auch so ein bisschen die Tage eingeteilt. Wenn ich zum Beispiel zwischen Marketing und IT-Sicherheit und Datenschutz sieben Tage habe, dann teile ich zum Beispiel ein so drei Tage dafür und die vier Tage dann für Marketing und so. Also, dass ich so ein bisschen in Übersicht habe, welche Tage ich für was benutze. Also, tatsächlich arbeite ich noch daran, bin noch nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner Methode, aber bei mir ist es so, dass ich generell mir so einen groben Wochenplan erstelle, sprich, wann, welchen Tag möchte ich was machen oder ich thematisiere so ein bisschen meinen Tag. Zum Beispiel Montag ganz viel Hausarbeit, mache aber noch andere Sachen. Dienstag, Fokus TikTok. Genau, dass ich entweder thematisiere oder mir so einen groben Plan habe, wann mache ich was. Und wichtig ist auch, dass ihr so ein bisschen Puffer einplant. Es kann oft erst mal vorkommen, dass ihr im Verzug kommt und wenn ihr Puffer einplant, dann ist es deutlich entspannter. Das heißt, ich habe zum Beispiel sechs Tage oder fünf Tage voll geplant oder so und dann habe ich einen Tag, wo ich den Rest machen kann, was ich alles nicht geschafft habe. Also, dass ihr einfach Puffer mit einplant. Dann erstelle ich auch einen Tagesplan, auch mit so einer groben Reihenfolge. Ich mache das nicht mit Zeit, also ich sage nicht so drei Stunden dafür, zwei Stunden hierfür, sondern erstmal nur so eine grobe Reihenfolge und versuche den so abzuarbeiten. Aber oftmals ändere ich diesen Plan im Tag. Das heißt, wenn ich zum Beispiel erst TikTok mache, dann Hausarbeit, dann kommt Kochen. Aber wenn ich merke zum Beispiel, okay, bei der Hausarbeit kam ich gerade nicht voran, vielleicht mache ich dazwischen noch einmal Sport und dann arbeite ich weiter an der Hausarbeit. Also, dass ich das so ein bisschen anpasse, wie mir das am besten auch passt und mir auch gefällt. Und wie ich generell meinen Tag strukturiere, ist folgendermaßen. Also, meistens, wenn ich aufstehe, fange ich direkt an zu journalen, ganz kurz. Einfach so ein bisschen positive mindset, you know. Dann schreibe ich meistens Skripte, entweder ein TikTok-Skript, Podcast-Skript oder YouTube-Skript. Dann mache ich mich fertig oder fange direkt schon an mit Uni. Genau, dann arbeite ich an meiner Hausarbeit. Dann mache ich entweder Sport danach. Dann gehe ich duschen oder so. Also, wann ich mich fertig mache und so weiter. Das variiert so ein bisschen, wann es mir am besten passt. Genau, dann filme ich TikTok. Und dann mache ich den Rest, der noch anfällt oder woran ich noch arbeiten musste, wo ich nicht fertig wurde. Aber ich versuche wirklich, das Wichtigste direkt am Morgen zu machen, weil mir das deutlich Stress entnimmt. Avanobi fragt, wie bekommst du deinen nötigen Ausgleich? Also, generell würde ich mir einfach überlegen, was sind deine Hobbys, was bringt dir Spaß und wie kannst du das so im Alltag einbauen? Vielleicht, ich finde es immer hilfreich, wenn du dir so feste Tage machst oder fest in deine Routine einbaust, wann du sozusagen Ausgleich für dich nimmst. Sport kann das sein, irgendein anderes Hobby. Genau, also ich mache halt gerne Social Media. Ist so ein bisschen mein Creative Outlet, würde ich sagen. Ich plane ein, wann ich Sport mache. Und bei mir ist es auch so, dass ich, bin ja in einer Fernbeziehung und im Studium, also wenn halt gerade Kurse und so weiter sind, dann ist es so, dass ich meinen Freund ungefähr jede zweite Woche sehe. Das heißt, die zwei Wochen versuche ich dann auch wirklich durchzupowern. Und dann, wenn ich meinen Freund sehe, ist es, denke ich mir, einfach so, okay, jetzt mache ich Urlaub. Also ich arbeite meistens dann noch am Wochenende morgens, aber dann nehme ich mir wirklich frei und verbringe die Zeit mit meinem Freund. Und genau, wir gehen bouldern, besuchen seine Großeltern. Abends machen wir alles auch schön, gucken One Piece, essen. Genau, also das ist für mich dann auch wirklich ein schöner Ausgleich, dann wirklich so mal Zeit zu haben, wo ich wirklich abschalte und nicht daran denke. Und ich kann das auch jedem empfehlen, dass ihr euch so vielleicht so Tage einplant, wo ihr wirklich versucht abzuschalten, wenn das geht. Joha fragt, musstest du deinen Stundenplan selber zusammenstellen? Wenn ja, wie lief das ab? Also ich bin an einer Fachhochschule und bei mir ist es halt so gewesen, dass vieles einfach geregelt war. Ich musste mich einfach nur anmelden an den Kursen und dann war alles geregelt. Ich weiß, dass an der Uni man oftmals sehr vieles selber planen muss, aber da kann ich jetzt nicht so viel berichten, dass ihr euch da auch vielleicht ein bisschen mehr Wahlfreiheit habt, wo ihr euch spezialisieren möchtet. Im späteren Verlauf konnte ich mich halt festlegen, wo ich mich spezialisieren möchte. Genau, das war meine einzige Wahlfreiheit sozusagen. Sofie fragt, kannst du vielleicht auch mal über das Leben in einer WG als ruhiger Mensch reden? Und ich finde, es kommt einfach darauf an, mit welchen Leuten du zusammenlebst. Zum Beispiel war ich in einer Zweier-WG und jetzt bin ich in einer Vierer-WG und die Vierer-WG klappt tatsächlich deutlich besser für mich. Und dazu muss ich sagen, dass ich bei der Zweier-WG, sie war ein unglaublich lieber Mensch, also wirklich ein lieber Mensch, aber wir haben einfach nicht ganz so harmoniert, würde ich sagen. Und genau, das ist auch völlig normal so, ist alles gut. Und jetzt in der Vierer-WG ist es halt so, dass wir haben einen strikten Putzplan. Wir setzen uns auch manchmal so zusammen, wenn wir sagen, okay, das stört uns, das finden wir gut. Dann reden wir darüber, wir haben ein sehr gutes Kommunikationsverhältnis und wir nehmen die Sachen auch nicht persönlich. Also wir sehen das wirklich als gemeinschaftliches, einfach Verbessern des Lebensumfelds sozusagen. Zudem muss ich auch sagen, dass die Vierer-WG, wir sind alle sehr ruhig, wir sind ruhige Menschen, wir sind auch alle sehr beschäftigt und wir feiern auch jetzt keine Partys oder keine Hauspartys. Da sind wir einfach alle nicht so die Menschen dafür. Es ist ziemlich schön, also auch wenn jeder so sein Ding macht und arbeitet, es ist keine Zwecks-WG. Wir reden halt auch öfters viel, wir sind unterschiedliche Menschen und wenn wir Probleme haben, können wir uns gegenseitig helfen. So ein bisschen unsere Sichtweisen erzählen und so weiter. Deswegen würde ich wirklich sagen, es kommt immer so darauf an, mit wem man sozusagen eine WG gestaltet. Kommunikations ist wichtig. Ich würde auch sagen, dass Putzplan auch sehr wichtig ist, dass es einfach nicht zu Streit kommt und einfach deine Mitmenschen zu respektieren. Das ist auch wichtig. Wir nehmen sehr viel Rücksicht aufeinander und wollen halt auch einfach, dass jeder sich wohlfühlt. Ich persönlich fand es sehr gut. Man muss dazu sagen, Uni ist halt, du hast halt einfach viel mehr Freiraum. Es ist einfach nicht so, dass dir durchgehend ein Lehrer hinterherhängt und dir sagt so, ja, mach deine Hausaufgaben, sei anwesend hier und da. Nee, es ist einfach deine Verantwortung. Also natürlich bei manchen Unis hast du Hausaufgaben, hast du Abgaben, na klar, aber letzten Endes ist es deine Aufgabe, deine Verantwortung. Und ich persönlich finde es angenehm, weil ich das, ich mag das, ich mag das, dass mir nicht ständig irgendwie ein Lehrer sagt so, ja, du musst das tun, das tun, du musst anwesend sein. Also ich war tatsächlich immer anwesend, aber ich mag den Freiraum, zu haben, dass, wenn was ist, ich nicht kommen muss. Also ich finde es einfach viel entspannter. Natürlich ist Uni viel Lernen, viel Arbeit, aber ich fand es vom Umfeld tatsächlich entspannter. Und du lernst natürlich auch selbstständig zu sein, was auch natürlich sehr schön ist. Kann am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Ich finde, es ist schön. Franzi fragt, wie gehst du mit Zeitstress in der Prüfung um? Also prinzipiell mache ich das so, dass ich mich am Anfang wirklich auf die Aufgaben konzentriere, die die meisten Punkte geben. Dass ich die direkt beseitigt habe und dann mache ich natürlich die Aufgaben, die mir am leichtesten fallen. Und manchmal habe ich auch den Moment, wenn ich merke, okay, ich habe die Aufgabe, die Aufgabe, ich habe ein gutes Gefühl. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt bestanden habe, ist hoch. Das beruhigt natürlich. Und jetzt arbeite ich einfach weiter, um meine Note zu verbessern. Also diesen Gedankengang, den finde ich sehr beruhigend und motiviert mich. Aber sonst, ich versuche mich wirklich hundertprozentig auf die Aufgaben zu konzentrieren, nicht nachzudenken. Wie viel Zeit, also ich gucke schon, wie viel Zeit ich habe, aber denk wirklich über die Aufgabe nach und gib dein Bestes. Und schreib Stichpunkte, schreib nicht immer nur Sätze. Also Sätze können auch sehr viel Zeit rauben. Ich habe lange Zeit Sätze geschrieben, obwohl ich auch Stichpunkte schreiben kann. Ja, dass ihr da einfach so eine Arbeitsmethode habt, die nicht so viel Zeit frisst, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so gut die Frage beantwortet habe, aber ich hoffe, es hilft. Jana fragt, bist du zufrieden mit der Wahl deines Studiengangs? Prinzipiell ja, also ich bereue es nicht, dass ich studiert habe. Wenn ich nochmal studieren würde, würde ich wahrscheinlich nicht das Gleiche machen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, doch Psychologie zu studieren, vielleicht ein Fernstudium. Aber das weiß ich jetzt nicht, kann ich so nicht sagen. Also ich bereue es nicht, würde ich es nochmal machen, würde ich schon in Frage stellen. Mani fragt, hast du schon mal eine Prüfung nicht bestanden und wie bist du damit umgegangen? Ja, tatsächlich zweimal. Bei der ersten war das Programmierung 1, das war relativ am Anfang. Und ja, meine Gedanken waren so, wie soll ich das das nächste Mal schaffen? Die war so schwierig. Die war wirklich schwierig. Ich weiß noch, als bei der Prüfung nach zwei Minuten ist jemand rausgegangen und hat zu dem Prüfer gesagt, so ja, Herr Blablabla, ich komme nächstes Mal wieder. Und ja, ich habe das so gefühlt. Was ich tatsächlich nach der Prüfung direkt gemacht habe, also ich war mir schon sicher, dass ich durchgefallen bin. Ich habe mir die Aufgaben versucht, wieder aufzuschreiben. Also ich habe mein Handy genommen, ich habe mir die Aufgaben aufgeschrieben, was mir noch einfiel, einfach damit ich weiß, was dran kam. Prüfungsaufgaben, die Art davon. Und habe versucht, diese Übung nochmal durchzugehen, das zu lernen. Dann bin ich mit anderen Leuten, die auch durchgefallen sind. Wir haben das Fach dann nochmal zusammen gelernt, haben versucht, uns gegenseitig zu helfen. Manchmal ist es auch sehr praktisch. Und es ist gut, Leute zu kennen im Studium, weil manche haben gute Skripte, die irgendwie weitergeschickt werden oder haben andere Informationen und kann helfen, Leute einfach zu kennen. Die geben dir einfach so die Skripte, wo jemand eine Eins geschrieben hat. Und dann damit zu lernen, ist natürlich sehr praktisch. Und das habe ich dann auch gemacht, halt mit den Sachen dann zu lernen. Und bin dann in die Prüfung gegangen und habe sehr viel gelernt dafür. Und es ging gut. Also dann, zweites Mal hat es auf jeden Fall geklappt. Ich habe es jetzt noch nie in dem Moment, dass ich in eine Drittprüfung reingehen musste. Ich glaube, dass es sehr, schon sehr belastend ist. Da kann ich leider keine Tipps geben. Und ich hoffe, dass ich auch nicht in diese Situation komme. Und das zweite Fach, wo ich halt durchgefallen ist, war Marketingvertiefung. Mein Lieblingsfach. Das war frustrierend, dass ich genau in meinem Lieblingsfach durchgefallen bin. Und es war halt auch ein bisschen wegen Corona. Die Aufgaben online und präsent sind komplett anders gestaltet. Und ich kam mit den Online-Aufgaben am Anfang nicht klar. Ich habe die nicht verstanden. Ich war so, nee, tut mir leid, Herr Prüfer. Ich verstehe die nicht. Ich war so, nee. Aber dann habe ich mich einfach noch mal halt damit beschäftigt. Sprich, wir hatten ja die Aufgaben dann zu Hause. Und dann bin ich die durchgegangen. Und dann habe ich auch die Art der Aufgaben verstanden. Und dann ging das. Chrissy fragt, wie gehst du damit um, wenn du Probleme hast, dich zu konzentrieren? Dann kommt es darauf an, warum ich mich nicht konzentrieren kann. Einmal natürlich, wenn es eine Kopfsache ist. Sprich, mir gehen einfach so Gedanken durch den Kopf und ich kann mich nicht konzentrieren, weil mich ein Thema einfach festhält. Dann journal ich. Ich beschäftige mich mit meinem Problem und versuche das so ein bisschen zu bearbeiten. Und mich dann noch mal ranzusetzen, um zu lernen. Dann Pomodoro-Technik hilft mir, dass ich da wirklich sage, okay, 25 Minuten kriegst du hin. Konzentrier dich. Wenn das nicht klappt oder ich das Gefühl habe, ich kann einfach nicht mehr lernen, weil mein Kopf einfach voll ist, dann habe ich noch die Möglichkeit, Yoga zu machen. Das hilft mir auch. Spazieren gehen oder zu duschen tatsächlich. Ihr könnt ja auch mal schauen. Nach einer Dusche fühle ich mich meistens einfach so refreshed und mein Kopf funktioniert einfach wieder. Und dann kann ich auch meistens wieder anfangen zu lernen. Wow Wow fragt, wie teilst du dir deine Hausarbeit ein? Meistens schreibe ich immer morgens an meine Hausarbeit, weil ich da einfach am besten schreiben kann. Dann überlege ich mir auch so, an welchen Tagen habe ich mehr Zeit und an welchen Tagen kann ich wirklich intensiv in meiner Hausarbeit arbeiten. Dann habe ich auch für mich persönliche Deadlines. Zum Beispiel, wann ich meine Gliederung fertig haben möchte. Also einfach das gesamte Wissen angesammelt. Ich habe eine Gliederung auch schon, weiß schon, was ich rein tue, rede ich schreiben möchte. Und dann habe ich einen Zeitpunkt, wo ich fertig sein möchte mit Schreiben. Mikado fragt, wie ist das Studieren in der Corona-Zeit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich froh bin, dass ich die ersten Semester ganz normal zur Uni gehen konnte, weil ich dadurch auch Leute kennenlernen konnte. Und wenn man halt Fragen hat, was nicht verstanden hat, dann kann man sich gegenseitig helfen. Und das ist wirklich hilfreich, definitiv. An sich fand ich aber Online-Unterricht ganz gut. Ich fand es sehr praktisch, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich fand das ganz angenehm. Einfach weil dir dadurch auch sehr viel Zeit ersparen bleibt. Also du musst nicht zur Uni gehen. Wenn du zwischen den Fächern Zeit hast, dann bist du zu Hause und kannst schon irgendwas machen, was auch sehr praktisch ist und weniger stressig ist natürlich. Ich konnte umziehen, was natürlich sehr praktisch ist. Mittlerweile, glaube ich, ist es auch so, dass man wieder zur Uni gehen kann. Ich habe jetzt keine Kurse mehr, die ich belegen muss. Aber teilweise ist es online, teilweise kann man jetzt auch wieder zur Uni gehen. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen lockerer geworden. Das war es auch schon mit dem Podcast. Ich hoffe, er hat euch geholfen und gefallen. So ein paar Fragen, vielleicht bezüglich Studium und Lernen, dass ich euch da weiterhelfen konnte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe euch ganz doll lieb. Hab ein wunderschönes Wochenende. Bye.